Ich lasse den 3-Kolben hier bei mir. Das behalte ich mal für Billionale. Vielleicht hat sie ja zwei Hand. Und das auch. Das beide ist das selber. Also kann ich eins verkaufen. Was ist das denn eigentlich? Bitcoin. Okay. Dann mache ich hier mal das hier rein und das hier rein. Das was das ist und das hier auch. Dann sollte sich mal die beste Waffe raussuchen. Gut. Dann haben wir hier Steine. Habe ich hier nicht. Was haben wir hier? Kohle auch nicht. So. Da irgendwo lebt da was. Das Ding ist voll. Gut. Einmal hier. Das Ding ist auch voll. Da kann ich hier das Holz reinhauen. Was haben wir denn hier? Machst du mal hier? Die Glöckchen vielleicht. Nein. Den will nicht rein. Das will absolut nicht rein. Ach ist das scheiße. Ist das doof. Aber das könnte rein. Genau. Vielleicht das. Nein. 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 Natürlich nicht. Aber das kann rein. Kein Platz mehr. Ist das von scheiß. Okay. Haben wir hier die Außenkiste. Da ist wahrscheinlich Rohstoffe drin. So. Und auch das hier kann da rein. Und da muss ich mal gucken bei diesen anderen Sachen. Ich habe ja jetzt hier drei zur Auswahl. Dass ich das einmal mitnehmen kann. Also einmal hier. Und maximal ja. Ist okay. Er hat ja nur einen. Er hat jetzt die Updates irgendwo. Das ist nervig. Gut. Dann kann er mal machen was er will. Und jetzt gehen wir mal hier weiter. Oh es ist so viel Platz da drin. Krass. Dann kann ich ja eigentlich alles von hier mal rausholen. Und auch von hier. So und einfach mal hier rüber schieben. Wenn wir schon mal so weit sind. Sand. Ja. Das hier auch. 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 Und das hier auch. Das hier auch. Und das hier auch. Okay, da ist wirklich eine Menge Platz, einmal hier, das, das, meine Güte, und auch hier, das ganze Zeug, mal gucken, das kann zum Beispiel mit rein, keine Ahnung, was das ist, aber ich habe hier hinten auf jeden Fall noch von den Materialien hier etwas drin, wie zum Beispiel, ach, die Federn, das ja auch, die Blätter, das, hier, das, das, okay, ich bin voll, ich sehe noch was drin, was ich hier reinmachen kann, Gut, da haben wir schon den Platz hier ausnutzen können, haben die den Platz der Kisten jetzt erhöht, mit dem Update, scheint so, oder? So, jetzt ist da aber wirklich kein Platz mehr drin, aber ich gucke mal, dass ich hier vielleicht nicht, Okay, was haben wir denn hier? Können wir auch vollhauen Gut, hier ist alles näher Dann sparen wir uns definitiv Kisten und platzen und so weiter Äh, da Okay, auch der Schneeball, der kann auch mit rein Hier ist nicht Auch nicht, das ist schon mal super Aber das war hier gewesen Was war's? Ach, das leuchtet jetzt auch noch alles auf, dass das fertig ist, krass Um es aber besser zu erkennen Ist ja gar nicht so schlecht Ähm, da ist was Lass nämlich alles wieder mit hier Dankeschön für die Lieferung Darauf, aber sowas fand ich immer Äh, hier Und da auch Und hier Da ist auch noch was Super Meilt man kann ja ruhig alles abstürzen, was geht Schön muss es ja nicht sein Gut Dann wollen wir mal hier ran hier Äh, rein damit, rein damit, rein damit, rein damit Gut, okay, dann haben wir das hier Äh, die Platine Das sind ja alles diese komischen Dinge, die können ja eigentlich da rüber Und der Rest Ja, ich werde die mal jetzt hier rüberhauen Um einfach mal Platz zu schaffen Oder hier, je nachdem wo Platz ist Oh, hier haben wir Platz Die Glocke muss ich noch loswerden Ja, wir haben ja jetzt so viel Zeug Also einmal hier Und dann kann ich das auch hier reinpacken Und dann muss ja nicht Ah, ist okay, der ist schon leer Okay Das kann auch hier rein und so weiter Dann nehme ich das ja mal alles mit Dann haben wir auf jeden Fall schon mal wieder eine kleine Ordnung Bis auf die Lebensmittel Die müssen nicht geordnet sein Die müssen nur erstbar sein Und dann ist alles gut Das ist schick Ähm, auch die Kiste wird bald voll sein Da wird dann die einfach genommen Mal gucken Platz wird ja genug das sein Von daher Äh, ist hier noch irgendwas Nein, ich kann nicht herstellen Hier vielleicht Äh, das hier Gut Dann Hier vielleicht Eine schön ordentliche Portion Vier Stück, ja Und hier Noch irgendwas Äh, was ist irgendwas neu Nö Nö, jetzt ist mal neu 15er Gibt ja nicht viel Energie Dann gibt das Genauso wenig Und dann, oh, das gibt's gar nie, du hast Energie Okay Dann machen wir das mal hier so Und dann kommst du auch mal hier ran Ähm Ja Lassen wir mal so stehen, ja Äh, ich speichere jetzt erstmal ab Und, ja, verabschiede mich Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Bye, bye Bye-bye